Leute, das schaffe ich nicht, das ist viel zu viel, habt ihr das gesehen? Da kommen ständig neue Gegner. Ich kann mich gar nicht auf das System konzentrieren, das ist viel zu viel. Wie soll ich das machen? Direkt, direkt los, komm. Gar nicht lange rumhampeln, einfach los. Los, 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 ouch, die Chinese wirkt immer noch. Weiter, 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 nicht schlapp machen. Weiter, Isaac. So. Nein! Stirb! 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 Alter, der lebt immer noch. Au-o-o-o-o-o-o-o-o-oh! Danke, Isaac. Ich hab immer an dich geglaubt. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Wir sind wieder ganz, Isaac. Wir sind ganz. Notfall. Pio-Orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Sofort in Sektorräumen. Ja. Okay. Oh, endlich ist hier Ruhe. Erstmal das ganze Zeug einsammeln. Und ich hab keine Medipacks mehr. Oh, da lag doch noch ein Medipack, oder nicht? Gut, jetzt kommen hier wenigstens keine Monster mehr. So. Danke. Geh mal her damit, alles was geht. Na gut, also wenn man nicht weiß, dass hier unendlich viele Monster kommt und nicht von Anfang an lossprintet, dann ist das schon echt ein bisschen unmachbar. Möchte ich da mal kurz anmerken. Okay. Ähm, wir haben zwei Medipacks. Das ist nicht besonders viel, aber zurück können wir auch nicht, das ist alles gesperrt. Also müssen wir weiter. Vielleicht kommt da noch ein Shop, das wäre ganz praktisch. Uh, Finale, 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 Finale. Die Kontaminationszyklus aktiviert. Ja, mach mal. Ah. Schön Tieflufthol. Kendra? Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, ich würde einfach weggehen, oder? Das kann ich nicht. Der Marker kommt mit mir. So eine Schande. Ich bin gerade an, dich zu lösen, auch wenn du nicht ganz richtig im Kopf bist. Ich weiß, Ben. Glaubst du mir nicht? Sieh dich doch nur an. Oder besser noch. Sieh dir das Video über die Corona an. Und diesmal solltest du es bis zum Ende kommen. Diese schlampen. Jetzt holt dir der Marker wieder zurück. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Dass sie wiederkennen, oder? Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zu sein, selbst kaum zu glauben, was ihr vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Jetzt endlich läuft dich doch auf dieses andere Sachen Ding hinaus. So ein kleines Ding. Oh. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Tu es nicht. Oh oh. Oh oh. Ich kann ich ihn gucken. Ich bin Isaac. Jetzt werde ich pissig. Jetzt ist die tatsächlich wieder zurückgekommen. Und Nicole ist tot. Was kann uns jetzt noch passieren? Kendra wird sterben. Was ist hier los? Scheiß drauf, Isaac. Komm. Gib Gas. Das Medi-Pack will ich natürlich mitnehmen. Alter, ich habe so viele Ripper-Clank. Ne, tut mir leid. Aber die brauche ich nicht. So. Für diese zwei werfe ich gerne auch noch mal ein paar Ripper-Klingeln weg. So. Hoffe ich, kommt noch ein Shop. Mach die Tür auf, Isaac. So. Okay. Da haben wir eine Workbench. Haben wir auch einen Shop irgendwo. Nein. Ach, wir sind hier. Okay. Dann sollten wir irgendwo einen Shop haben. Wo war der? War der hier? Ne, hier war der Landeplatz. War hier ein Shop? Hier war doch irgendwo noch ein Shop. Ich weiß es doch. Hier nicht. Da ist er. Jetzt wird erst mal ordentlich verkauft und eingekauft. Nein. Ja doch. Wobei, die kannst du weg. Die kann auch weg. Noch eine. So. Ripper-Kling weg. 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 So. Dann. Shop. Oh nein. Zuerst safe. So. Groß Medipack. Rein. 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 So. Laserkanone. Mit. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, oder? Äh, doch, habe ich noch Plasma-Energie. So, Inventar ist voll. Perfekt. Dann noch Energieknoten, bitte. So. Jetzt wird richtig aufgepumpt, sage ich euch. Guckt euch das Inventar an. Ja. Das sieht doch gut aus. Star-Speak kann ich auch noch behalten. Okay, Werkbank. Do your thing. Fünf Energieknoten. Äh, Plasma-Cutter. Okay, ähm, nachladen. Nachladen. Tempo mache ich jetzt mal nicht. Äh, Laserkanone. Eins, zwei, drei, vier. Bräuchte ich dafür. Oder auf Kapazität. Soll ich auf Kapazität? Ist eigentlich schon nicht schlecht, Kapazität, ne? Ja, komm. Zack. So. Ähm, gut. Alles nachgeladen. Sehr gut. Puh. Die Musik ist gerade echt spannungsaufbauend. Was geht denn hier ab? War da nicht unser... Doch, da ist es immer noch. Hier ist ein bisschen Chaos. Momentar ist voll. Oh. Kendra! Schnapp sie dir! Oh, was ist das? Ach, du Scheiße. Was kommt jetzt? Oh, oh. 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 Alter. Äh. Hilfe. Isaac, mach was. Schieß. Ich bin doch so scheiße im Schießen. Okay, okay, okay. Wir packen das. Okay. Oh. Ich will doch keine Ripper klingen. Lass das. Oh. Oh. Ah. Okay, sehr gut. Sehr gut, Isaac. Tust ihm auf jeden Fall weh. So viel schnittfest. Au. Fast getroffen. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Autsch. Autsch. Alter, lass mich los. Lass mich los. Oh. Schieß. Alter. Ich kann doch... Das ist viel zu schwer. Die Steuerung. Alter. Ich treff nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Lass nach, Isaac. Alter, ich treff nicht. Das ist viel zu schwer. Alter. Oh, oh. Jawohl. Weiter. Boah, Alter, war das knapp. Ich treff doch nicht. Pass mal, Kater. Nehm ihn, nehm ihn. Oh. Let's in seinen Schluck rein. Okay. Was ist das? Was ist das? Oh, das ist ein Monster. Okay. Dann nehme ich doch gerne den Ripper. Autsch. Autsch. Genau, auf. Oh ja, genau. Töte. Töte sie selber. Autsch. Eeeh. 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 Verdammt. Geht weg. So. Okay, schnell wieder Plasma-Kater. Ah, das ist wieder zu. Verdammt. Autsch. Alter. Wie gut, da kann der bitte treffen. Mach auf. Los. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Heute nicht. Böses Monster. Böses Monster. Mach dein scheiß Ding auf. Einfach reinballern. Okay. Was kommt jetzt? Jetzt wird er wieder... Autsch. Verdammt. Alter, macht der viel Schaden. Der macht richtig viel Damage. Okay. Lady Pack nochmal. Und weiter. Okay, okay, okay. Wir machen... Wir machen ihm Schaden. Soweit, so gut. Gut, wir können auch ausweichen. Soweit, so gut. Als das Vieh es richtig pisst. Das ist gerade richtig angepisst von uns. Wow, wir... Wir machen es fertig. Wir drücken ihm richtig was rein. Autsch. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Ich würde gerne wissen, wie unser Inventar aussieht. Okay, wir haben noch genug Plasma-Munition. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt, was passiert? Oh, oh. Oh. Ja. Was passiert? Habe ich. Haben wir... Ernsthaft? Haben wir es gekillt? Ist es tot? Sicher? Ganz sicher? Moment, ich will... Ja, noch die Muni mitnehmen. Okay. Vielleicht ist es tot, vielleicht aber nicht. Aber wir sollten die Gelegenheit nutzen. Uns ist das Shuttle schnappen. Und nicht viel weg von hier. Ja, renn, Isaac. War's verschlossen. So. Oh Gott, jetzt bloß weg. Genau. Oh Gott, jetzt... Das war eine Geburt Aber wir haben es geschafft Mehr oder weniger Da hat er sie losgelassen Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken Das war Dead Space Ein sehr geiles Spiel Atmosphärisch, sehr geil Gameplay mäßig auch sehr geil Also Muss ich sagen, ist ein Top-Spiel Das hat mir sehr gut gefallen Jetzt Es gibt ja ein bisschen Wunder Den Marker haben wir jetzt nicht Mitgenommen Der ist immer noch auf dem Planeten dort Ja Es gibt ja jetzt noch Dead Space 2 und Dead Space 3 Was ja Sinn machen würde, die auch zu spielen Wegen der Story Aber Es ist ja so Ich habe Dead Space jetzt eigentlich nur gespielt Weil ich das geschenkt bekommen habe Von dem lieben User LQ Buch LP Vielen Dank nochmal an dich Du bist super Ja Und ich wüsste auch nicht Gerade wo ich mir Die anderen Teile kaufen könnte Ich habe Im Markt Bei mir Nachgesehen Dort habe ich glaube ich Dead Space 3 gesehen Aber das 2 Habe ich nirgendwo gesehen Also ich weiß nicht Ob ich die Let's playen Würde Ich hätte natürlich schon Bock drauf So ein bisschen Weil Ja Ist ein geiles Spiel Muss man sagen Ähm Ja Aber Jetzt erstmal eher nicht Ob es später noch kommt Weiß ich nicht Vielleicht Ich will gar nichts versprechen Ja Ähm Wie hat euch denn das Let's play gefallen Oder das Spiel Vielleicht hat euch ja das Spiel gefallen Aber das Let's play nicht so In dem Fall Lasst doch bitte einen Kommentar Kommentar Bäh Kommentar da Ähm Würde mich sehr freuen Und über eine Bewertung natürlich auch Und Abos und alles Und Sowieso Ihr kennt das ja Ja Ansonsten würde ich sagen Ich lasse hier noch die Credits durchlaufen Und Dann würde ich sagen Wir sehen uns beim Nächsten Let's play Bis dahin Ihr seid die besten Leute Macht's gut Tschö Und viel Spass noch Auf meinem Kanal Schönen Okay was Toll A 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020